Der Betrieb einer Hausapotheke kann für Tierärzte eine aufwendige Angelegenheit werden. Wie ist mein aktueller Lagerstand? Wie lange sind meine Arzneimittel noch haltbar? Erfüllen meine Aufzeichnungen überhaupt die gesetzlichen Anforderungen ab 2019? Mit unserer modernen Softwarelösung LHAPO müssen Sie sich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Unser Programm erfüllt die vom Gesetz verlangten Anforderungen der Lagerhaltung. Und so einfach funktioniert's. Alles beginnt mit der Lieferung der blauen Box. Bevor die gelieferte Ware verwendet werden kann, muss der Wareneingang verbucht werden. Sie scannen Lieferschein und Ware und erfassen so die Daten in LHAPO. Fertig! Dann kann die Ware ins Lager eingeräumt werden. Selbstverständlich können Sie auch Warenzugänge anderer Lieferanten eingeben. Damit Sie immer wissen, wie groß Ihr Warenbestand ist, muss jedes entnommene Produkt gescannt werden. Ungeöffnete Verpackungen können jederzeit wieder ins System zurückgebucht werden. Bei einer Apothekenprüfung verfügen Sie somit über alle erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen. Unser Programm wurde genau daraufhin entwickelt, die gesetzlich vorgeschriebenen Daten mit wenig Aufwand zu erfassen und darzustellen. Zusätzlich unterstützt Sie LHAPO bei der gesetzlich vorgeschriebenen monatlichen optischen Kontrolle und natürlich auch bei der jährlichen Inventur. LHAPO ist auch eine perfekte Ergänzung zu Ihrer bestehenden Praxismanagement-Software, die Sie natürlich problemlos weiterverwenden können. Genormte Schnittstellen ermöglichen Ihrer Software, die Daten abzurufen. Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen der Lagerhaltung und erleichtern sich auch Ihre Arbeit in Ihrer Hausapotheke. Mit wenig Aufwand wird Ihre gesamte Lagerhaltung für Sie einfach und übersichtlich. Ein Klick und Sie sehen Lagerstände, Chargen, Ablaufdaten und mehr. Sie sehen, einfacher geht's nicht. So bleibt Ihnen mehr Zeit für Ihre Patienten. Richter Pharma. Versorgt mit Vorsprung. Richter Pharma. Versorgt mit Vorsprung. Gäste Richter Pharma. Versorgt mit Vorsprung. Design. Da sind die Körger. Nummer. Ja. Schleifung.